Das Hotel Puerto Sherry liegt in El Puerto de Santa Maria in Costa de la Luz. 50% der Gästen empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 5 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,5 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur 5 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Sport und Unterhaltungsprogramme Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 3,8 von 6 Sonnen wert. Service Die Gäste halten den Service des Hotels für akzeptabel und vergeben 3,7 von 6 Sonnen. Hotel allgemein In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,6 von 6 Sonnen. Zimmer Akzeptable 3,3 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Lage und Umgebung Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,3 von 6 Sonnen. Gastronomie Die meisten Gäste sind zufrieden mit der Küche des Hauses, wünschen sich aber an einigen Stellenverbesserungen. Die Wertung für die Gastronomie lautet 3,2 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!